Tag! Willkommen auf dem Halbgurt-Spielkanal. Das ist der Brocken, ich bin der Tetzel. Wir haben heute einfach noch ein kleines bisschen Training. Du machst Locklift erstmal? Ja. Sehr schön. Ich fange mit ein bisschen Deadlift an und dann haben wir zum Schluss noch eine kleine Challenge, weil Brocken und Tetzel ganz ohne Bankdrücken wäre ja langweilig. Das stimmt. Ohne geht nicht. Aber wir schauen einfach erstmal. Und ihr guckt mal, was so heute passiert. Ich habe gar kein Ziel. Ich bin das erste Mal seit einer ganzen Weile schmerzfrei. Das klingt jetzt übertrieben, also ich hatte jetzt keine riesigen Schmerzen. So ein bisschen den unteren Rücken durchs Knie beugen, kurz vor der Burg vermackelt, blablabla. Schon zehnmal erzählt. Scheißegal. Ist auch keine Ausrede. Hab trotzdem schwer trainieren können und diesmal, jetzt merke ich es halt im Moment gerade gar nicht. Ich habe es immer so ein bisschen gemerkt. Bei dir alles in Ordnung? Das ist gut. Also macht der Kevin heute einen schweren Lock. Viel zu schwer. Gar nicht im Plan, aber ist egal. Wir machen das. Okay. Angriff. Spektakuläre 130 Kilo. Ob der Brocken die schafft oder nicht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Die Betonung auf Speck fand ich jetzt gut. Los, alter Mann. Mach doch mal eine Push-Press. Nur für mich. Geht doch. Du musst es dir ja nicht immer schwer machen. Doch. Oh, Kevin, was ist das denn für ein geheimes Pülverchen, was du da reinfüllst? Das sind die Berserker. Ja, was? Die gibt es bei God's Rage, beziehungsweise Gigas Nutrition. Mit dem Code Brockenzehn oder Dragon Slayer. So sieht es aus. Und da gibt es auch diese wunderschönen Becher und dieses wunderschöne Grip Shirt mit zehn Prozent mehr Masse und natürlich auch die Hosen. Stimmt. Werbung. Läuft. 150 Kilo. Guck mal, für dich mit Push. Mach die Handgelenke fest, dass er die nicht wieder so nach vorne rollt. Sonst war es fein. Mit Push, dadurch war auch leicht. Gut. Ich schaff da nicht eine mit Obergriffen. Nein, ich habe sie einmal so nachgerollt und dann war es schwierig hier am Zeigenfinger zu halten. Ich lege jetzt übrigens einen Tipp. Shoutout geht raus. Ein bisschen educational natürlich. Legt die Stange nicht hier hin, wo ihr die Haut einklemmt, sondern legt die Stange von Anfang an hier hin und greift zu. Natürlich egal, mit welcher Hand, im Übergriff oder im Kreuzgriff. Ausprobe. Okay. 170 Kilo, sagt er. Na dann los. Viel zu leicht. Jo. Und mit Push. Hinterkopf. Easy. Kido. Umsatz hat schwerer aus als aus der Mitte müssen. Aber hast du gut gemacht. Oben ist oben. Oben ist oben. Schön, schön, schön. Für so einen Schmalen geht es doch. Wobei die Schmalen ja einen Vorteil haben am ehem. Ein Glück. Gucken wir mal, ob sich das Phänomen letzter Woche wiederholt heute. Die 270 waren letzte Woche ähnlich leicht. Und danach waren 300 und ab so eine Todeskampf. Gucken wir mal. Oh Gott, ich habe deinen Kopf nicht mehr drauf gehabt. Das ist nicht schlimm. Ich will schon meinen Kopf sehen bei meinem gigantischen Knie. Okay. Why does this happen to me? What have I done wrong? It's not my mistake that I have a massive schlong. Oder so ähnlich. Und hoch damit, jawohl. Viel zu leicht. Die waren ja schon nicht okay. Das habe ich schon schwerer gesehen, ich wollte es gerade sagen. Alter, das hat sich auch schon mal schwerer angefühlt. Der Brocco. Jetzt komm, mach mal. Oh, deine Vorlage kriegt so einen Scheiß. Nicht so lange denken. Rollen dir ein bisschen vor. Ist ja schlimm, ey. Gibt mir ein bisschen an. Komm, jetzt. Das war fast sanft gestreifelt. Ja, ich hatte Angst, dass du zurückhaust. Los jetzt, Kevin. Komm jetzt. Rum. Hast du. Genau. Ellbogen schön hochschieben. So, schön hoch die Ellbogen. Und jetzt hinter den Kopf werfen. Ja, easy. Schön ernst nehmen. Und richtig vom Boden wegziehen. So, und jetzt Vollgas nach oben. Zieh durch. Weiter, weiter, weiter. Komm, Hüfte vor. Los jetzt. Jawohl. 320 Kilo. Nach über einem Jahr. Und dein bester Versuch damit. So geht es. Ja. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Also, ich meine, das waren unter 13 Sekunden. Das ist gut. Damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben. Auf die Plätze. Fertig. Los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ich glaube, du warst eine knappe Sekunde langsamer. Ach, ja, die ersten zwei waren ein bisschen lahm. Scheiße. Bei dir stehen noch fünf, bei mir standen noch sechs Sekunden drauf. Aber trotzdem schnell. Ja. Müssen wir dann nochmal bei der Videobearbeitung gucken, wie es jetzt tatsächlich war. Aber okay, war gut, war gut. Ich war so ein bisschen bei der ersten, weil ich so ein bisschen in dieser Maximalkraft-Technik und dann so, ja, okay, die kannst du einfach so wegschieben. Ja, Leute, Kevin hält gerade die Kamera. Das war es für heute. Locklift, Deadlift, 180er Locklift, 320er Deadlift und beide auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, unter 15 Sekunden für die 102 Kilo, 20 Mal. Probiert es mal aus, schreibt uns eure Zeit unten rein und wir sehen uns beim nächsten Video. Kauft alles ein, Code Regenslayer, Code Brocken 10 und beim Cookie Dealer Esmeral und natürlich bei Hofmanns Code Tetzel 10. Und jetzt macht's gut.